Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf GYMA TV. Wir haben vor kurzem ein Video hochgeladen, was sagt ein Wohnmobilhändler zu den Preisen. Es war eine XXL-Reaction auf das Video von unserem Podcast-Kollegen, dem lieben Marc von Bergpriese. Naja, ich will mal sagen, es war ein sehr polarisierendes Video. Ihr habt sehr viel Feedback und Kommentare hinterlassen innerhalb kürzester Zeit. Da dachten wir uns, wir reagieren mal auf diese Kommentare und auf dieses Feedback. Denn, wie gesagt, es war sehr polarisierend und wir wollen da auf ein paar Sachen eingehen. Ich habe mir die Kommentare ein bisschen durchgelesen, ein bisschen beobachtet. Dann habe ich zum Josch gesagt, ey, das ist eine super Idee, das einfach mal zurückzuspielen. Ich will da jetzt keine Diskussion entfachen, aber ein paar Sachen gefallen mir da ehrlich gesagt nicht. Dennoch finde ich es auch sehr gut, dass wir hier einfach Anregungen geschafft haben. Ihr müsst nicht immer begeistert sein von dem, was wir posten oder von dem, was wir sagen. Umso besser finde ich das immer auf einer sachlichen Ebene dann auch zu diskutieren. Und wir starten jetzt gleich mal mit dem ersten Kommentar. Der User, ytjmper, also YouTube, Jumper ohne Vokale, 5718, schreibt, lieber Philipp. Philipp schreibt man übrigens mit 2p. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Durchschnittskunde viermal pro Jahr in den Urlaub fährt. Das kann ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Denn wenn ich ein Wohnmobil habe, dann nutze ich das in der Regel auch. Zumindest ist das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Und für mich heißt es auch in Urlaub fahren ein Wochenendausflug. Und wenn ich mir unsere Wohnmobilnutzer anschaue, dann ist viermal pro Jahr eher das Minimum. Und manche fahren eigentlich noch öfter weg, aber mag sich jetzt drüber streiten. Kann auch sein, dass nicht jeder das so nutzt. Hallo Philipp, jeder Händler hat ein sehr gutes Geld verdient zu Corona-Zeiten. Nur Autos verkaufen und den Service an den Fahrzeugen zu verlieren, finde ich ganz schlicht frech. Wollte auch eine Klesana einbauen lassen. Aber wenn man über 1.400 Euro nur für den Einbau verlangt, finde ich es eine Abzock. Auch bei Gyma hatte man kein Interesse, es einzubauen, obwohl der Einbau in meinem IT Neo 600 PDF ohne große Probleme möglich wäre. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich monatlich und neue Fahrzeuge zu verkaufen wird immer schwieriger. Deshalb konzentriert euch doch mehr auf den Service, denn daraus werden in den meisten Fällen Folgeaufträge. Denkt da bitte auch mal drüber nach. Ralf Stein, Hilber, 1733. Lieber Ralf, diese Anfrage habe ich auch mitbekommen und ich habe die auch dementsprechend weitergeleitet. Erstmal vielen Dank für das Interesse. Man muss aber auch dazu sagen, erstmal zu dem Thema, dass wir nicht in den Service investieren. Wir haben in den Service investiert und wir werden weiter in den Service investieren. Wir haben neue Mitarbeiter eingestellt, also haben unser Team aufgestockt. Nicht, dass wir Ausfälle kompensiert haben, haben unser Team aufgestockt. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, auch bei Gyma hatte man kein Interesse, es einzubauen. In meinem IT-Neo 600 PF. Es ist schlicht und ergreifend eine Fremdmarke und ich kann das nicht verantworten, einem Kunden, der bei uns gekauft hat und auch einen Hersteller von uns fährt, egal ob er jetzt bei uns gekauft hat oder nicht, einen späteren Termin geben, um bei einem Fremdfabrikat etwas einzubauen. Das ist einfach eine Strategie oder eine Art und Weise, wie wir unseren Service-Gedanken leben. Deswegen tendiere ich auch dazu zu sagen, Leute, sucht euch bitte ein gutes Händlernetz aus. Denn wenn ich jetzt ein Hyma-Händler bin und wir sind Hyma-Händler oder auch Detlefs-Händler oder Sunlight-Händler oder was auch immer in Mannheim und Wertheim, dann möchte ich auch dafür Sorge tragen, dass ich diese Kunden, die für den Service auch kommen, dass ich die auch behandeln kann. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass wir halt gewisse Projekte einfach ablehnen müssen. Und dass wir Klesane einbauen, ist ein Bonus und wir machen das eben für unsere EHG-Fahrzeuge. Das heißt nicht, dass es immer so bleibt. Es kann sein, dass wir diese Strategie in ein paar Monaten ändern. Aber aktuell ist die Service-Situation eben so, dass es uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir unsere Kunden, die bei uns gekauft haben und Kunden, die von unseren Herstellern kommen, dass wir die auch bedienen können. Deswegen ist das einfach eine Strategie. Jetzt halte ich aus. Hier kann ein jeder, ob Hersteller oder Händler, seinen Preis aufrufen. Ein Geschäft kommt jedoch erst zustande, wenn Verkäufer und Käufer sich handelsseitig einig sind. Wir haben mal einen Käufer- bzw. einen Verkäufermarkt. Und zurzeit sind es jedoch die bekannten Internetportale als auch die Händlerhöfe voll. Zudem haben wir gestiegene Zinsen. In Summen hat sich der Markt in Richtung Käufer gedreht, die Preise jedoch noch nicht. Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Mal abwarten, bis die ersten Hersteller und auch Händler in Schwierigkeiten kommen. So, was heißt FKT faktisch oder fiktiv? Ah, genau. So, ich würde mal sagen, funktioniert Wirtschaft und auch dieses Mal würde es so sein. Der Markt wird sich konsolidieren, bereinigen und die Preise werden sich der Realität anpassen. Das kann durchaus sein, dass der Herr recht hat. Also DC88519, auch vielen Dank für deinen Kommentar. Er hat auch recht. Wir hatten vor einer kurzen Zeit einen Verkäufermarkt. Und ich habe es auch nochmal im Video betont, dass ich da nicht stolz drauf bin oder das jetzt nicht irgendwie breitgetreten habe. Sondern es war einfach so. Wir haben da auch einfach nur mitgespielt. Und ja, wir haben meiner Meinung nach jetzt auch definitiv einen Käufermarkt. Ob das jetzt so krass ist wie in der Wirtschaftskrise 2008, 2009, das glaube ich nicht. Und das tendiert auch oder die Vorzeichen, die deuten darauf nicht hin. Wenn ihr der andere Meinung seid, okay, ich bin auch kein Finanzexperte. Ich mache als Händler eigentlich auch nur das Beste aus der Situation. Ja, wir schauen halt, dass wir da wirklich gut durch diese Zeit durchkommen. Sunlight ist, wenn überhaupt, mein nächster Kastenwagen, weil Preis und Leistung einfach passt. Grüße aus Höchststadt an der Aisch. Lieber Terry Dosier2648 sehe ich tatsächlich auch so. Bei Sunlight haben wir jetzt auch Thema Preiserhöhungen diskutiert. Da hat es eben nicht so stark, ist nicht so stark zu Anschlag gekommen. Und gerade, wenn man sich jetzt mal guckt, ein Cliff Entry für 50.000 oder 55.000, kriegt er eigentlich noch einen sehr, sehr geilen Kastenwagen zu einem sehr akzeptablen Preis. Also manchen Hersteller, nicht jeder, aber manchen Hersteller macht sich da schon Gedanken, wie kriege ich die Preise irgendwie wieder in den Griff und verzichte tatsächlich auch auf eigene Margen. Und uns geht es ja genauso. Wir müssen auch ein bisschen gucken, weil wir wollen ein Auto verkaufen. Und dazu müssen wir manchmal auch ein bisschen Marge einstecken. Boah, Alter, was ist, das ist dieser lange Kommentar. Da schreibt einer at Twitchchef olve669, das ist ein sehr langer Kommentar, ich werde jetzt mal stichprobenartig durchgehen. Ich fange jetzt mal an. Ach ja, ich dachte, nun kann ich hier mal mehr Wahrheit hören, aber was bilde ich mir denn als ehemaliger Verkäufer ein? Ah, was bilde ich mir denn ein als ehemaliger Verkäufer? Natürlich nicht. Aber gut, YouTube ist nicht gerade ein Platz für ehrliche Videos, gerade nicht, wenn es sich um ein Geschäft dreht. Okay. Aber ich muss nur schmunzeln, wenn ich es höre, wird nicht tiefer gehen. Gehaltssteigerung von etwa 16 Prozent laut Statista, selten so gelacht. Ihr wisst bestimmt beide, wie sich das errechnet. Oder, dass es dennoch verwendet wird als Argument, zeigt mir, dass das Video von Marc nicht ganz so ehrlich sein würde, wie er es vorgespielt hat. Also erstmal kann ich sagen, der Marc hat da definitiv nichts vorgespielt. Er hat es so wiedergegeben, wie er das recherchiert hat. Ihm ist es auch nicht darin gelegen, irgendwelche Preise zu harmonisieren. Der hat nichts davon, er kriegt nichts davon. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Naja, was bilde ich mir denn als ehemaliger Verkäufer ein? Dass ein Verkäufer verkaufen will, ist, glaube ich, da braucht man sich drüber unterhalten. Aber es ist immer die Frage, wie man verkauft. Und mit Lügen oder irgendwelchen erfundenen Geschichten schon mal gar nicht. Natürlich versucht man, jemanden von etwas zu überzeugen. Aber da ist mein Credo auch ganz klar. Und das dürfte dem einen oder anderen bei der GYMA auch bekannt sein, dass wir nicht den Kunden zu irgendwas drängen, was er nicht haben will. Und ihn irgendwie verarschen oder sowas. Wenn das überhaupt impliziert ist mit dieser Aussage. Von daher eine Reaktion auf ein subjektives Video, wo er sich bemüht hat, es nüchtern objektiv zu betrachten, es aber dann doch nicht ganz geschafft hat. Obwohl er vielleicht meint, das getan zu haben. Denn schließlich kann man nie selber beurteilen, wie objektiv man gewesen ist, oder? Da gebe ich dir tatsächlich recht. Es ist immer subjektive Betrachtung. Man hat eine Meinung oder sonst was. Aber 100% objektiv wird man sowieso nicht hinbekommen. Okay. So. Reinhard Paulus7330 schreibt, 3.500 oder 4.500 Euro im Monat Durchschnitt, dass ich nicht lache. 1.800 Euro und Corona-Ausfall ausgleichen kann ich auch nicht. Reinvestieren. Toll, gute Erklärung. 30 bis 70% Preissteigerung, um zu reinvestieren. Gib mir diesen Aufschlag. Also Lohn oder Rente, damit ich auch reinvestieren kann. Es ist und bleibt Abzocker. Meine Hoffnung liegt darin, dass mal der Boomerang kommt. Okay. Das ist ein sehr... Also den fasse ich sehr wütend auf, den Kommentar. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist oder so geschrieben ist. Auf jeden Fall stehen hier 5 Ausrufezeichen. Und darunter nochmal 5 und dann hier nochmal 3. Also glaube ich, ist das sehr böse. Oder nicht böse, aber sehr wütend gemeint. Und wenn diese Wut durch mich entstanden ist, tut mir das natürlich leid. 3.500 Euro im Monat Durchschnitt, dass ich nicht lache. Das ist keine Zahl, die ich mir an den Haaren herbeigeführt habe. Sondern das sind Zahlen, die ich als Unternehmer kenne. Die wir auch schon errechnet haben. Wo wir auch schon andere Firmen dazu befragt haben. Und da gibt es mit Sicherheit auch Firmen, die noch wesentlich besser zahlen. Es gibt Leute, die mögen weniger haben. Das habe ich jetzt schon mehrmals erklärt. Und ehrlich gesagt, werde ich da ein bisschen müde, das weiter zu erklären. Wir haben nicht 30 bis 60 Prozent Umsatzsteigerung reinvestiert. Und auch nicht Margensteigerung gehabt. Sondern wir haben auf einen großen Teil unseres Umsatzes verzichtet. Nochmal, ich sage es ganz deutlich dazu. Ich bin nicht unzufrieden gewesen mit den Geschäften. Und es ist nicht so, dass wir am Hungertuch nagen mussten. Wir haben als Händler uns gut verdient. Aber wir haben nicht 30 bis 60 Prozent Preissteigerung einfach eingesteckt. Vor allem, weil die Preissteigerung nicht 30 Prozent auf einen Schlag kam. Und wir natürlich auch versucht haben, den wenigen Umsatz irgendwie auszugleichen. Wie gesagt, beschwere mich nicht oder sonst was. Aber ich versuche als Unternehmer einfach nur ordentlich zu reinvestieren. Und zu schauen, dass wir uns auf sichere Beine stellen. Denn wir als junge Firma in Wert haben zum Beispiel viel aufgebaut. Und wollen einfach auch langfristig am Markt und nachhaltig für euch einfach da sein. Und da gehört zum Beispiel auch, eine gewisse Sicherheit darzustellen für einen Kunde, der bei uns eine Anzahlung tätigt, der bei uns kauft. Und deswegen habe ich mein Eigenkapital aufgebaut in dieser Firma. Ganz einfach. Ich mag, mag sehr. Aber als er Schwurbler meinte, was nichts anderes als ein Wort dafür ist, um Kritik abzuwerden oder Mundhut zu machen. Nein, Schwurbler ist meiner Meinung nach auch ein Wort, um Leute zu kategorisieren, die einfach zu arg über die Stränge schlagen und zu viel im What-if-Gedanken hängen und auch viel zu viele Verschwörungstheorien verbreiten. Das ist für mich auch ein Schwurbler. Nicht nur, um Kritik abzuwerten. Sodass dazu, nun zu Marks Preisbeispiel. Ich meine, er hat hier ein echt vorteilhaftes Beispiel genommen. Das kann sein. Gerade im Bereich der Teilinigritten gibt es noch immer gute und faire Preise. Zum Beispiel Canus Platinum Edition. Viel besser wären typische Kastenwagen von Mittelklasse- und Premiumherstellern. Ob nun Knaus, Hümer, Detlefs, La Strada und die Ausstattungsoptionen sind immer noch da. Ganz schlimm ist es meiner Meinung nach beim Sprinter 4x4 oder generell 4x4. Ob nun der MLT oder der Nova M. Das B-Mobil übrigens ist zum Beispiel ein B-Mobil 434 oder so gute 70k teurer als 2020. Diese großen Preissteigerungen teilweise echt nicht gerechnet fertig. Gab es es gerade dort. Also, liebe Timavkin227, nochmal, um auf das Thema aufzugreifen. Ich glaube, Schwurbler ist in gewisser Hinsicht, mag sein, ob da mit dem Begriff ein bisschen zu inflationär umgegangen ist. Aber dennoch waren da sehr viele politische Sachen drin. Und hier geht es nicht um Politik. Hier geht es um Wohnmobile und Camper-Vans. Warum die jetzt teurer wurden und ob das am Start liegt oder nicht am Start liegt oder sonst was, obliegt nicht unserer Einschätzung, sondern wir versuchen einfach ein bisschen Orientierung zu geben. Leute, echt jetzt, es dauert nicht lange und die Goldgräberzeit ist vorbei. Über 100k für ein Womo von der Stange. Nö, nix, schickimiki, das hat ja nix von Geiz. Ja, das hat etwas von Gier, schreibt Thomas Windecker, 1916. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn ihr zu eurem Italiener um die Ecke geht, da ist die Pizza auch teurer geworden. Da kostet sie auch viel mehr. Und auch ich finde das nicht toll, wenn ich jetzt, was weiß ich, beim Asiaten-Essen gehe und mittlerweile auch 20 Euro zahle und vor vier Jahren vielleicht noch 12 oder 10 Euro gezahlt habe. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Phänomen, was wir jetzt im Wohnmobilbereich sehen. Da schreibt einer, der Yves, würde ich mal sagen, also YV0312. Ich habe seit jeher eine komplett andere Sichtweise zu dem ganzen zu teuer Thema. Wir sprechen hier ja über Luxus-Themen, denn es ist nichts anderes. Sogar die angesprochene Pizza beim Italiener sehe ich als eine Art Luxus, an dem man sich ab und zu gönnt. Es ist ja in diesen Fällen nichts, was man unbedingt braucht bei einer Pizza von 18 Euro, was mir als jemand, der seit über 40 Jahren jeden Tag mit Bio-Lebensmitteln kocht, absolut nicht zu teuer ist, weil ich es zu Hause wohl nicht schaffen würde, für 18 Euro eine Bio-Pizza hinzubekommen. Waren, Arbeit, Energiekosten etc. Okay, das ist eine sehr differenzierte Meinung zu den anderen. Dennoch habe ich Bekannte, die aktuell wieder ein neues Fahrzeug bestellt haben, auf das sie jetzt erstmal ein Jahr warten müssen, bis es gebaut wird und auch auch weitaus teurer bezahlen, als sie es für sie am Bestandsfahrzeug zahlen müssten. Wer nach so einer Handlungsweise jammert, das als teurer wird, ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich habe zweimal von solchen Bestandsfahrzeugen profitiert. Es waren beide Male keine Schnäppchen, aber es gab nette Preisnachlässe, die waren sehr gut konfiguriert, sofort verfügbar und die Händler waren jedes Mal froh, dass Vorjahresmodelle vom Hoch waren und sie Platz für aktuelle Neufahrzeuge hatten. Das ist ein guter Punkt, denn wenn ihr mal guckt, ja, mit unseren Aktionen, ihr kriegt jetzt auf einen XXLA über 20% Preisnachlass. Das ist fast schon wieder die 30% Preissteigerung drin, die so allseits immer diskutiert wird und ihr kriegt den auch für unter 200.000, was auch vor Corona schon der Fall war. Und ihr kriegt den auch mit 56.000 Preisnachlass gerade, weil Hintergrund ist, es stehen davon einfach mehrere auf dem Hof. Die Nachfrage ist nicht so hoch. Dementsprechend haben wir als Händler reagiert und geben den euch für einen ordentlichen Deal, sodass ihr den einpacken könnt. Also ihr seht, wie ihr es auch gesagt habt, Bestandsfahrzeuge, Bestandsfahrzeuge und Bestandsfahrzeuge. Da könnt ihr gerade richtig gute Deals erreichen. Also ihr könnt auch gerne nochmal bei uns auf der Homepage gucken. Da gibt es einige schöne Deals, wo wir es halt gerade über den April haben. Gutes Video, ausstattungsbereinigt sind die Preise noch einigermaßen im Rahmen, aber das Entry-Segment wurde dadurch stark ausgedünnt. Das stimmt. Ansonsten, der Markt hat mit Habeck vieles gemeinsam. Keine Ahnung von Wirtschaftspolitik und ich will auch nichts dazu lernen. Ich könnte weiter ausholen, lohnt nicht. Es ist, wie es ist, schreibt Gerd W8636. Gerd, da haben wir das Thema. Gut, das hält sich jetzt noch in Grenzen. Auch vielen Dank für dein Feedback. Ja, da kommt jetzt das Thema Politik im Spiel. Da werde ich mich auch nicht dazu äußern. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, da kommen wir in dieses Whataboutism oder auch viel in dieses, die Schuld irgendwie irgendjemandem in die Schuhe schieben. Dass eine Unzufriedenheit da ist, allgemein, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, Politik hat jetzt bei uns auf dem Kanal weniger Platz einfach. Darum, das ist nicht ein Thema, was wir behandeln. Jetzt ein interessanter Kommentar von Grey Cap. Da habe ich auch schon darauf geantwortet. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt, weil es einfach nicht gestimmt hat, was behauptet wurde. Hallo Philipp, dieses Video von dir bekommt ausnahmsweise keinen Daumen hoch. Okay, warum? Weil du nicht ehrlich bist. Du hast doch das Video von Marc gesehen, bevor du dein eigenes gedreht hast. Habe ich nicht. Also, spiele nicht den Überraschten, wenn du darin erwähnt wirst und die Bilder auf deinem Hof gedreht wurden. Das wusstest du, weil du ja dazu auch deine Einverständnis gegeben hast. Ich habe dem Marc keine explizite Einverständnis gegeben. Aber wenn er mich gefragt hätte, hätte ich das getan, weil es für mich auch kein Problem ist. Und genau das wusste der Marc auch. Es ist ein Thema von Vertrauen und einer handwischt die andere. Das ist mein Podcast-Kollege. Ich werde doch nicht, weil er irgendein Bild von uns aus dem Internet zieht, ihm da jetzt einen Strick draus drehen. Sondern ich war ja ehrlich gesagt sogar noch dankbar darüber, dass er ein Bild von uns genommen hat. Und finde das ja auch cool, dass er das macht. Und eine Reaction, wie der Name schon sagt, die lebt von einer Reaktion. Und eine Reaktion kann ich halt nur dann bringen, wenn ich mir das gerade zum ersten Mal anschaue. Weil dann reagiere ich da nicht mehr drauf, sondern weiß ich ja schon ganz genau, was mich erwartet. Und genau das ist der Sinn einer Reaction. Ich habe diesen Videotitel gesehen, habe den Marc gefragt, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn ich darauf reagiere. Und mehr haben wir über dieses Thema nicht gesprochen. Ich wusste weder, dass da irgendwelche Bilder von uns verwendet werden. Und ich habe damit auch kein Problem. Und das weiß der Marc auch, dass ich damit auch kein Problem habe. Also hat er das auch einfach benutzt. Und es ist auch für mich völlig fein. Und wenn du mir da schon etwas vorspielst, wie ist es denn bei deinen Berechnungen und Erklärungen, warum alles teuer geworden ist? Ein Schelm, wer Böses denkt. Dein Schlussplädoyer lasse ich als einziges gelten. Mein Fazit dazu, vieles ist wohl richtig erklärt und ehrlich kommuniziert. Aber vieles eben auch nicht. So sind Verkäufer. Und ich rede da aus Erfahrung. Denn wo man kann, wird eben auch profitiert. Und darum immer nach Rabatten fragen. Und wenn das freundlich gemacht wird, gehen die meisten Händler auch darauf ein. Also um Butter bei die Fische zu machen, frage ich, hat er denn okay Butter wie die Fisch? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das für ein Satz sein soll. Wenn ja, kann er sich das auch leisten. Ansonsten eben nicht. Danke Wikipedia. Viele Grüße aus der reichen Schweiz. Lieber Greycap, ein Schelm, wer Böses denkt. Ich denke nichts Böses. Ich bin transparent. Ich habe auch schon öfter kommuniziert, dass unsere Interessen darin sind, Geld zu verdienen als Händler. Aber nicht um jeden Preis. Wir wollen unsere Integrität bewahren. Wir wollen euch einen guten Handelsplatz darstellen. Wir wollen euch Transparenz geben. Und das ist der einzige Hintergrund, warum wir das Ganze machen. Also, ich danke euch auch, wie gesagt, für das Feedback. Auch wenn es hin und wieder ein bisschen kontrovers ist und wir nicht immer einer Meinung sind. Ein paar waren ja schon dabei. Ich meine, das Feedback ist größtenteils auch positiv. Ich kann auch verstehen, dass das ein heikles Thema ist und dass da auch viel, einfach viel Explosionskraft drin steckt. Dass da viel diskutiert wird, dass da nicht jeder immer unbedingt einig ist und dass es auch ein emotionales Thema ist. Denn ihr seid zum Schluss diejenigen, die sich so ein Fahrzeug dann auch kaufen. Da kann ich absolut verstehen, dass es hin und wieder auch für euch Unzufriedenheit auslöst bei der aktuellen Entwicklung. Aber dennoch sage ich euch, wir haben gerade einen günstigen Zeitpunkt. Ihr sagt es, die Händlerhöfe sind voll. Dementsprechend gibt es auch gerade gute Deals. Zu kaufen ist gerade, glaube ich, keine schlechte Idee, um das mal so zu sagen. Und das sehe ich auch in anderen Segmenten, wenn man jetzt in das Immobiliensegment rüberrutscht und so weiter. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst es mich gerne wissen. Ich fand es jetzt auch mal toll, auch mal auf eure Beiträge zu reagieren. Ihr dürft auch gerne nochmal Kommentare jetzt in diesem Video unten lassen. Wir werden gucken, dass wir das auch beachten und auch darauf antworten. Und ich freue mich nach wie vor auf einen Austausch mit euch und freue mich natürlich auch, mit euch über solche Themen auch zu diskutieren. Denn durch diese Diskussion, auch wie gesagt, wenn man nicht immer einer Meinung ist, dann lernt man doch viel von seinem Diskussionspartner. Das ist zumindest die Herangehensweise. Und solange wir sachlich bleiben und schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen, sowohl ihr als Kunde, als auch wir als Händler, freue ich mich natürlich, wenn ihr nach wie vor bei uns vorbeischaut und wenn wir gemeinsam den Weg gehen und gemeinsam diese Branche einfach besser machen. Und deswegen bedanke ich mich, freue mich über einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Und wir sehen uns dann einfach zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.